Der Beruf als britischer Thronfolger ist nicht immer einfach. Man muss dem Protokoll folgen, immer höflich sein und wird ständig gefilmt. Doch am Dienstag stand ein Besuch in den Pinewood-Filmstudios im königlichen Terminkalender. Dort wird derzeit eine neue Folge von Star Wars gedreht. Sichtlich gut gelaunt erkundeten Prinz Harry und Prinz William das Set. Daisy Ridley, die im Film die tapfere Kämpferin Ray spielt, weitet die beiden in die Jedi-Kampfkunst ein, bevor Harry und William selbst die Lichtschwerter schwangen. Welche Auswirkungen das Duell auf die britische Thronfolge hat, blieb offen. Die Macht, sie war am Dienstag jedenfalls mit beiden der Prinzen. All right, thank you very much, guys.